Heute Corporal Yost ausliefern. Jawohl, anwesend, Sir. Um 8 Uhr heute früh. Sind Sie Ernest Yost? Ja, Ma'am. Das ist Lieutenant Commander Coleman, Ernie. Jack Corr. Sie ist hier, um Sie festzunehmen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Ihnen dafür danke. Was wollen die Olsen-Zwillinge hier? Sie werden den Beschuldigten nach Quantico begleiten. Es wird aber auch Zeit, Ma'am. Wir fahren ihn hin. Sie hatten zwei Tage Zeit dazu.